Schauen wir uns mal den einfachsten Fall von Zusammenhängen auf Nominalskalenniveau an, nämlich den Zusammenhang zwischen zwei Variablen, wobei beide Variablen nur zwei mögliche Ausprägungen haben. Da könnte man jetzt denken, das ist ja viel zu speziell, also zwei Variablen, wobei beide nur zwei Ausprägungen besitzen, das hat man doch so gut wie nie. Ah, so ganz wahr ist das nicht, denn in ganz vielen empirischen Fragestellungen über Zusammenhänge von Variablen sind zwei Merkmale mit je zwei möglichen Ausprägungen durchaus Gegenstand der Forschungsfragestellung. Ein Beispiel für solche sehr einfachen, aber doch sehr bedeutsamen Zusammenhänge könnte das Auftreten eines bestimmten Genmarkers bei Frauen oder Männern sein. Zum Beispiel ein Genmarker, der mit Schizophrenie zusammenhängt. Die Variable x, das wäre hier nun das Auftreten unseres Genmarkers, sie hätte zwei mögliche Realisationen, die wir zum Beispiel mit 0 und 1 kodieren könnten, wobei 0 für das Fehlen dieses Genmarkers steht und 1 für das Vorhandensein dieses Genmarkers. Die Variable y, das wäre nun das Geschlecht und hier könnten wir sagen, diese Variable y, der weisen wir die Ausprägung 0 zu, wenn es sich um Frauen handelt und 1, wenn es sich um Männer handelt. Genau diese Variablenbildung, die ich gerade vorgenommen habe, können wir immer vornehmen, wenn wir es mit solchen 2x2-Situationen bei den Variablen zu tun haben. Mit dieser Kurzschreibweise 2x2 symbolisieren wir schlicht und einfach die Tatsache, dass wir zwei Variablen haben mit jeweils zwei Ausprägungen. Die erste 2, die repräsentiert die Anzahl der Realisationen in der x-Variablen, die zweite 2 die Anzahl der Realisationen in der y-Variablen und damit haben wir eine 2x2-Datensituation, nämlich 2x2-Realisationen. Wir sehen hier unten, dass wir die Realisationen unserer Variablen natürlich im 2x2-Falle vollkommen beliebig festlegen können. Ich habe gerade der Variablen y die Realisation 0 und 1 zugewiesen. Das müssen wir aber gar nicht tun. Wir können auch den Frauen die 1 und den Männern die 2 geben oder den Männern die minus 1 und den Frauen die plus 1. All das ist eine vollkommen zulässige Kodierung für dichotome Variable. Jetzt könnte er zurecht einwenden, Moment mal, dafür hatten wir doch schon einen Kennwert, nämlich die tetrakorische Korrelation. Ja, ganz richtig, aber die tetrakorische Korrelation, das war ja ein Kennwert, den wir immer dann berechnen sollten, wenn wir zwei Variablen vorliegen haben, die nur künstlich dichotomen sind. Also Variablen, bei denen die zugrunde liegenden Merkmale eigentlich stetig sind. Jetzt haben wir es mit echt, also natürlich dichotomen Variablen zu tun. Und ganz ehrlich, genau wie bei der tetrakorischen Korrelation schon erwähnt, man berechnet sie ja so gut wie nie in der Praxis, sondern wählt auch im Falle eigentlich stetiger und nur künstlich dichotomisierter Variablen einen anderen Korrelationskötzent und zwar genau den, den wir uns jetzt erarbeiten werden. Wir gehen davon aus, dass wir zwei Variablen haben und jede dieser beiden Variablen hat nur zwei mögliche Ausprägungen, x1 und x2 sowie y1 und y2. Dann können wir für diese 2x2-Häufigkeitstabelle unsere gerade kennengelernte Logik, was Abhängigkeit und Unabhängigkeit bedeutet, exakt analog übertragen. Im Falle von n gleich 120 Personen würde Unabhängigkeit natürlich dann vorliegen, wenn sich diese 120 Personen gleichmäßig auf alle Zellen aufteilen würden. Also 30, 30, 30 und 30 Personen. In diesem Falle hätten wir exakt gleiche Randhäufigkeiten, nämlich 60, 60, 60 und 60. Löschen wir das mal und werden etwas realistischer. Für unser Genmarker-Beispiel haben wir gesagt, dass die Variable x das Vorliegen oder Fehlen dieses Genmarkers ist, während die Variable y das Geschlecht kodiert. Es spielt nun überhaupt keine Rolle, welche zahlenmäßigen Realisationen wir den möglichen Ausprägungen der zugrunde liegenden Merkmale zuweisen, aber ich trage hier trotzdem einfach mal die Variablen-Definitionen ein, die wir gerade gesehen haben. Nun können wir uns vorstellen, dass so ein Genmarker für Schizophrenie natürlich gar nicht so häufig in der Bevölkerung vorkommt, sonst sähe unser Alltag wahrscheinlich etwas anders aus. Also können wir davon ausgehen, dass Personen, bei denen die Variable x die Realisation x2, also den Wert 1 annimmt, eher selten sind. Sagen wir mal 20 von 120 Personen, während die anderen 100 Personen diesen Genmarker nicht aufweisen. Nun könnte es aber sein, dass wir in unserer konkreten Stichprobe der 120 Personen dieses tatsächlich ausgeglichene Verhältnis auf dem Geschlecht gar nicht wiederfinden. Das würde gelten, wenn wir eine Stichprobe von Psychologie- oder Medizinstudenten ziehen würden. In dem Falle gäbe es wahrscheinlich sehr viel mehr Frauen als Männer. Nehmen wir ein solches ungleiches Verhältnis doch tatsächlich mal an. Sagen wir, in die Geschlechtskategorie y1 fallen 50 Personen und in die Kategorie y2 fallen 70 Personen. Berechnen wir auch hier zunächst die relativen Randhäufigkeiten, die dieser Verteilung der absoluten Randhäufigkeiten entsprechen. 50 einhundertzwanzigstel, das sind ungefähr 0.42, also 42% von insgesamt 120 Personen. 70 einhundertzwanzigstel sind ungefähr 0.58. 100 einhundertzwanzigstel sind ungefähr 0.83, also 83% aller Personen. Und 20 einhundertzwanzigstel ungefähr 0.17, also 17%. Bei diesen ungleichen Randhäufigkeiten bedeutet Unabhängigkeit, dass von unseren 120 Personen 83% den Genmarker nicht aufweisen und von diesen 83% noch einmal 42% in die erste Geschlechtskategorie fallen. Bei Abhängigkeit muss das nicht gelten. Hier könnte es zum Beispiel sein, dass 70 Personen, also alle Personen in der Geschlechtskategorie y2, den Genmarker nicht aufweisen. Es gibt also keine Personen mit diesem Geschlecht, die den Genmarker hat. Dann müssen 30 Personen des anderen Geschlechts diesen Genmarker aufweisen und 20 Personen diesen Genmarker nicht aufweisen. Wenn uns also jemand die Information gibt, dass eine ganz bestimmte Person aus der Stichprobe in die Geschlechtskategorie y2 fällt, dann würden wir mit 100%iger Sicherheit davon ausgehen, dass sie den Genmarker nicht aufweist. Sagt uns hingegen jemand, dass eine Person in die Geschlechtskategorie y1 fällt, dann wird unsere Vermutung über das Vorhandensein des Genmarkers bei dieser Person sehr viel unklarer. Wir nähern uns hier einer 50-50-Chance an. Dasselbe gilt, wenn uns jemand sagt, eine Person hat den Genmarker. Dann wird aus der Randverteilung beim Geschlecht von 50 zu 70 plötzlich eine Geschlechterverteilung von 20 zu 0 bei allen Personen mit diesem Genmarker. Keine Person mit dem Genmarker fällt also in die Geschlechtskategorie y2. Alle Personen mit diesem Genmarker fallen in die Geschlechtskategorie y1. Das ist Abhängigkeit in der 2x2-Situation. Abhängigkeit also liegt immer dann vor, wenn es einen Zusammenhang zwischen beiden Variablen gibt. Und diesen Zusammenhang, den müssen wir doch in einem Kennwert fassen können. Genau wie bei all unseren Kennwerten bisher, sollte auch dieser Kennwert numerisch immer größer werden, je stärker die Abhängigkeit, also je stärker der Zusammenhang zwischen beiden Variablen ist, je weiter wir uns also von einem Zustand der Unabhängigkeit in einer solchen Kontingenztabelle entfernen. Und wie ein solcher Kennwert funktioniert, das sehen wir am besten am Beispiel.